und bereits in Farbe gedreht wurde und die haben wir allerdings ein bisschen aufgefrischt. Der Film zeigt die Befestigungen und Ansiedlungen des Deutsch-Ritter-Ordens entlang der Weichsel, Thorn, Kulm, Graudens, Marienwerder und Marienburg. Noch ehe der letzte Weltkrieg dem reichen Kulturland an der Weichsel unheilvolle Wunden schlug, entstand dieser erste Farbfilm vom Land an der Weichsel. Wir begleiten noch einmal einen Schleppzug auf seiner Talfahrt zu den Städten und Ordensburgen an den Ufern des mächtigen Stromes. Untertitelung des ZDF, 2020 Thorn an der Weichsel, die erste Stadtgründung des Deutschen Ritterordens. Thorn an der Weichsel, die erste Stadtgründung des Deutschen Ritterordens. Thorns großer Sohn, der Astronom Nikolaus Kopernikus, Künder eines neuen Weltbildes. Thorn an der Weichsel, die erste Stadtgründung des Deutschen Ritterordens. Untertitelung. BR 2018 Auf hohem Steilufer Kulm. Sie war die erste Landeshauptstadt der Ordensritter. Ihr Wahrzeichen? Das reizvolle Renaissance-Rathaus. Musik Vor mehr als 700 Jahren ließ der deutsche Ritterorden hohe Schutzdämme errichten, um das blühende Bauernland vor den reißenden Hochwassern der wilden Weichsel zu schützen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Raudenz war ein wichtiger Umschlaghafen. In den mächtigen Speichern der Stadtmauer wurde alljährlich die reiche Ernte der Weichselniederung geborgen. Untertitelung. BR 2018 Die Ornspognese über dem gleichnamigen Städtchen. Stadt und Ornsburg Marienwerder. Diese dem Gelände meisterhaft angepasste Anlage mit Dom, Schloss und Dansker ist ein Denkmal deutscher Backsteingurte. Die Marienburg, die schönste und größte Ordensburg des Abendlandes. Dieser fürstliche Sitz des Hochmeisters bildete den glanzvollen Mittelpunkt des Ordenstaats. Untertitelung. BR 2018 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 Im Bauernland der Weichselniederung. Untertitelung. BR 2018 Amen. 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 Die Fahrt endet in der Freien und Hansestadt Danzig. Das Kramtor. Die Marienkirche. Der Hafen an der Mottlau. Das Rathaus. Die Langgasse. Die Marienkirche. Die Marienkirche. Die Marienkirche. Die Marienkirche. Das Antlitz dieser fast tausendjährigen Stadt rätten Fleiß, Reichtum und Kunstsinn seiner deutschen Bürger. 1945 fiel sie in Schutt und Asche. Die Marienkirche. Die Marienkirche.